hey leute herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge little friends dogs and cats die erste folge kam richtig richtig mega gut bei euch an deswegen wollte ich auf jeden fall noch eine weitere machen ich habe auch noch einige anfragen bekommen ob ich den hund und den hund und den hund und den hund aufnehmen kann ja kiara wir kommen ja gleich natürlich natürlich möchte ich aber auch definitiv noch eine katze aufnehmen sobald wir die möglichkeit dazu haben das heißt ich kann gar nicht so viele hunde aufnehmen denn wir können ja nur drei tiere aufnehmen ich war so aufgeregt und habe dieses halsband für ihr kirk jahre angefertigt ich hoffe es sieht gut aus viel spaß beim anziehen das sieht süß aus das fälle ist etwas tets haus nicht wahr wähle die pflegeart gemeinsame zeit und bist es sauber oh ja hungrig ist es auch oh ja sie ist schmutzig machen wie welcher hund geht auf die toilette das ist also ganz ehrlich ich finde das ist okay wenn man jetzt in der hund irgendwie krank ist und nicht richtig gut laufen kann weil irgendwas ist gerade beim bein oder der foto oder sowas den hund dann ruhig mal irgendwo hinzusetzen wo im haus hin machen kann aber ganz ehrlich eine toilette eine hunde toilette nein einfach nein ich finde ein hund sollte nicht auf so eine art katzenklo gehen oder sowas bin ich nicht für jemand anders von euch ich sehe das anders wie ich sage ich ganz ehrlich so haben wir erst mal freunde zeit da wollen wir sie erst mal sauber machen und wir wechseln erst mal auf die bürste sicher gerade katastrophal aus ganz ehrlich in welchem dreckloch hast du dich denn gewählt jahre schäme dich ich bin hier fleißig am bürsten ihr seht das noch nicht so richtig kann ich eigentlich auch mit beiden bürsten nein das kann ich nicht das wäre auch komisch aber guck mal sie wird sauberer sie wird sauberer lustig fand ich auch wie viele gesagt haben hey der hund da ist wie ich jetzt fühle ich mich immer angesprochen ja guck mal da unten die anzeige fühlt sich immer weiter jetzt haben wir es gleich ist saubernado guck mal jetzt kann man noch ein bisschen streicheln ach so dass wir so unter dem kinn oder am guck mal wie süß wenn wir sie auf der an der nase anstuckst ja 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 warte 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 wo ist ja wo muss ich denn da den arm bewegen oh nein wie fies kennt ihr dieses video das ist so manchmal wenn sie dieses nemo 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 oh der hund warum ziehst du so ein gesicht oh armer hund nein das mache ich nicht wenn ich ein tier in echt habe jetzt habe ich kann ich ich muss mich irgendwo ganz hinten muss ich meine hand hin halten ich sollte noch mal die joy cons kalibrieren jetzt passt es wieder so kann man ja nachträglich auch noch machen wenn man auf plus drauf drückt nicht gut richtig hinten an stubsen röcheln ne röcheln mag sie nicht das hat gerade bei mir vibriert aber es ist voll mies ist voll gemein komm ich hör mal auf ich mach mal wieder hier auf auf ernsthaft aber nicht lustig dass das geht ne so mag sie mich nicht also ich vielleicht muss ich jetzt auch äh hier füttern weil sie ist ja hungrig futterauswahl lass es dir schmecken okay das habe ich ja immer gemacht mit honey und nanny ähm auf mussten warten und wenn ich das kommando okay gegeben habe das war so dass man nur zum auflösen oh level up chiara ist jetzt satt und scheint zufrieden zu sein gassi gehen ist zum ohr wir können gleich gassi gehen aber sie muss natürlich auch noch was trinken also kann sie ja nicht einfach so durstig rausschicken das geht ja nicht ah und ich muss mal gucken ich möchte gerne das halsband anlegen ähm rausgehen startseite shop legen was haben wir denn hier ganz rechts noch moment nein ich muss das mal ausmachen toilettenreinigung aha ah du hast die toilette gereicht das ging schnell vielzeug werfen katzenstabzeit anziehen ja ich würde gerne das halsband anziehen körper oh oberteile röcke kopf accessoires gesichts accessoires hals accessoires also ganz ehrlich ich bin auch nicht der fan davon einem hund oder einer katze irgendwas anzuziehen katzen finden das in aller regel sogar noch mal schlimmer weil dann halt so die sieht das aus ähm denen ist das in aller regel noch mal unangenehmer weil dann halt das fellblatt gedrückt wird aber ähm wie kann ich das jetzt wieder ausziehen aha aber ähm ich finde es bei einem hund und kommt es drauf an wenn man jetzt raus geht und man hat eine hunderasse die eigentlich aus wärmeren gefilten kommt und sie hat kurzes fell oder unten am bauch nur ganz ganz dünnen pflaumen dann ist es durchaus sinnvoll wenn es eisekalt ist eine jacke anzuziehen aber ich hasse ganz ehrlich es gibt auch so blödsinn sachen wie meine sonnenbrille aufsetzen ja alles aber ganz ganz schlimm finde ich es persönlich wenn man anfängt dem hund irgendwelche glitzerkleidchen anzuziehen auch hundeschuhe können durchaus ihre bewandtnis haben wenn jetzt extrem viel gestreut wird zum beispiel dann greift das salz die ballen an oder aber wenn der hund eine verletzung an der fote hatte und man zieht die den schuh zum schutz drüber aber nicht einfach nur weil man sagt oh gut das ist ja so süß ihr kriegt jetzt mal schüchen an nein das ist ah ne finde ich persönlich geht gar nicht so halt jetzt habe ich es verkackt bestätigen jo guck das ist süß sowas finde ich halt so ein halsband so rausgehen Gassi gehen möchtest du Gassi gehen ja wollen wir bin ich doch jetzt mal gespannt die 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 so wird gespielt du kannst den joycon den rechten neigen um die richtung zu kontrollieren arbeite mit einem haustee arbeite mit einem haustee und versucht ihr gemeinsam eure ziele zu erreichen Okay, alles klar. Dann. Okay, Kassi gehen beginnen. Mit A können wir sprinten. Ah, dann muss ich das drehen. Was haben wir denn hier? Entfernung. Durchsucht. 0 von 3. Ah, guck mal. Ah, wo die Luftballons sind, kann er was finden. Boah, wir haben einen Schatz gefunden. Oh nein. Markieren. Ernsthaft. Ja, da wird sich direkt mal erleichtert. Na, 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 na. Langsamer. Ja, genau, genau, genau. Da sind wir. Ja, wunderbar. Hast du das gefunden? Ja, such. Such, Chiara. Wir haben schon wieder einen Schatz gefunden. Diesmal hat er nicht ganz so viel gebracht, aber er passt schon. Huch. So, wir haben ja schön markieren. Hat nicht markiert. Ah. Ah. Aber wir haben nicht markiert. Das wollte ich eigentlich. Ja, war ich anscheinend nahe genug an dem Schild dran, dass sie das jetzt als Stelle zu markieren gefunden hätte. Aber dann durchsuchen wir gleich noch was mehr. Was haben wir jetzt? 100. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir haben wieder ein Level ab. Boah, aber guck mal, wir haben schon richtig viel Geld hier. Also Leute, holt euch einen Hund, der sammelt euch eure erste Million. Nee. Nee, 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 nee. Chiara, links. Ja, fein. Ich sitze, hänge hier. Oh, schuldige, jetzt habe ich euch gehauen. Ich hänge hier irgendwie ganz komisch. Noch mal 1000. Ach, guck mal, da können wir noch mal markieren lassen. Ah ja, wir müssen ja noch die 200 Meter schaffen. Okay, damit hätten wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Hey, Chiara, feine Socke. Boah, warum Fehlverhalten? Was hat sie getan? Was hat sie jetzt... Hä, warum hat sie ein Fehlverhalten an Tag? Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Fehlverhalten entdecken können. Vielleicht hat sie gezogen. Ich habe es jetzt am Controller nicht gespürt, aber... Nochmal 100? Das brauchen wir eigentlich nicht mehr markieren lassen und durchsuchen lassen. Also durch... Oh, da wäre was gewesen. Na ja, gut. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hätte. Was ist das hier? Hm. Chiara? Ja, fein. Ah. Oh Gott, das ist so süß. So. Bis in dem Kalibrieren finde ich, das hätten sie ein bisschen besser machen können. Ähm, ich finde, das ist manchmal so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also es steuert sich manchmal ein bisschen komisch. Also jetzt geht. Aber... Ähm, also es ist bislang... Habe ich das Gefühl, ratsam, dass man immer mal wieder neu kalibriert zwischendrin. So, sprinten kann ich jetzt gerade nicht. Jetzt. Sie ist langsam müde. So, du kannst noch mal was ausbuddeln. Such, Chiara. Such. Ja, was ist denn da? Was hast du gefunden? 300. So. Stellt euch mal vor, euer Hund findet. Beim Spazieren gehen 300 Ocken. Die muss man dann erst mal wieder abgeben. Was können wir da drin machen? Weiß ich nicht. Das hat irgendwie... Ob das jetzt irgendein Bewandtnis gehabt hat? I don't know. Ist das unser Haus? Oh mein Gott, haben wir ein schönes Haus. Da hinten wären auch noch Luftballons. Ähm. Okay. Ja, doch, komm. Ich würde sagen, wir beenden den Spaziergang, gehen nach Hause. Wir haben einiges gefunden hier. Äh. Ich bin ja echt mal gespannt, was wir jetzt alles machen müssen, bevor wir auch eine Katze adoptieren können. Ihr Spielzeugladen ist jetzt geöffnet. Warum kaufst du nicht etwas ein? Ja. Der Modeladen ist geöffnet. Och, Chiara hat ein neues Kunststück gelernt. Sitzen. Ja, feine Socke. Aber sie ist dreckig geworden. Wir müssen sie dringend nochmal pflegen. Speichern. Ja, wir speichern mal, bitte. Das geht ja schnell. Das ist schön. Jetzt haben wir hier eine Option. Stempelbuch. Ah, weil wir einen Erfolg hatten. Du hast einen neuen Stempel. Ich esse ein bisschen neue. Können wir hier im Shop, haben wir hier dann Modelladen? Ich mache mal ganz kurz die Cam weg. Spielzeugladen, Möbelladen. Nee. Also, ich weiß noch nicht, wie wir uns ein anderes Tier noch besorgen können. Da bin ich überfragt. Äh, also ich würde jetzt Chiara ganz gerne nochmal kurz streicheln. Weil sie halt wirklich so dreckig ist, schon wieder. Deiner Dreckspatz. Hallo? Ich muss das jetzt so halten. Das ist, das ist mistig. Das ist doch nix. Also, ganz ehrlich, das ist mit dem Kalibrieren, das ist mega dumm gelöst. Ich muss jetzt hier, da, es hinhalten, um Chiara streicheln zu können. Also, das ist, das ist wirklich, also, das Kalibrieren, ganz ehrlich, das funktioniert nicht so gut, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ähm, also, das Spiel ist süß und alles, aber, wenn ich jetzt hier so mache, dann streichle ich nach oben und nach unten, beziehungsweise bürste ich nach oben und nach unten. Und das noch dazu, komplett neben dem Hund. Also, meine rechte Hand ist irgendwo jetzt im Nirvana, obwohl ich die hier in der Hand habe. Und ich bin mit der linken Hand, bin ich irgendwo ganz außen. Und damit kann ich jetzt Chiara putzen und bürsten. Also, das ist wirklich ein bisschen doof. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen mitgemacht? Also, es wird mit Sicherheit besser sein, wenn man die Joy-Cons angeschlossen hat an der Konsole. Ähm, aber wenn ich die jetzt runternehme und hier, um aufzunehmen, dann ist das wirklich ein bisschen doof. Dann ist das wirklich ein bisschen blöde. Aber gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle erst mal wieder für heute von euch. Wir können ja vielleicht... Oh, sie macht Männchen. Hallo. Hallo. Na, du kleine Maus. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein machst du das. Weißt du, ich bin... Ich rede so mit einem Pixelhund. Aber es ist halt einfach... Es ist halt einfach total niedlich. Und ich weiß halt, wie es sich anfühlt, wenn man selber mit einem Tier Kontakt hat. Und dann ist es halt einfach was anderes. Oh, feine Maus. Sag hallo. Oh, ist das lieb. Ach, Leute, irgendwann. Irgendwann. Momentan wäre es einfach total... Oh, Mausi. Momentan wäre es einfach... Es wäre blöd, sich jetzt einen Hund anzuschaffen. Ich könnte generell gerade nicht für ein Haustier da sein. Ähm... Ja, klar, es gibt auch Haustiere, die absolut nicht die Nähe brauchen. Aber das sind dann auch nicht die, die mich jetzt so... Das sind dann auch niedliche Tiere, so Nager oder sowas. Aber hatte ich jetzt letztens auch noch ein Gespräch. Das ist halt... Versteht mich nicht falsch. Jetzt jemand, der Hasen hat oder sowas, der liebt die natürlich auch. Aber für mich ist eher Hund oder Katze. Oder am besten beides. Und... Ja. Und das würde momentan halt einfach nicht passen. Also lieber gar keins. Erstmal. Für den Augenblick. Gut, ihr Lieben. Aber das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020